In der Hockey-Golischule probieren wir einmal in der Woche alle Kinder aus der Region, aus den Young-Bulls-Vereinen, zusammen zu nehmen und in die Turnhalle zu bringen oder auf das Eisfeld und zusammen zu trainieren. Am Schluss gehen sie zurück in ihre Vereine und spielen wieder gegeneinander und das ist etwas mega Cooles. In diesen Trainings ist uns wichtig, dass wir ihnen unsere Werte und unsere Philosophie vermitteln können, sodass sie die Grundlage des Goals sein können lernen. Unser Ziel ist es, dass sie hierher kommen, mit mega viel Freude lernen können, keine Angst vor Fehlern haben und so ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Wir trainieren in diesen Trainings meistens in Gruppen von zwei bis drei Goalien, die jeweils von einem Goalie-Coach begleitet werden. Ein Goalie-Coach geht noch in der Runde herum und kann zusätzlich noch hineinschauen. So garantieren wir eigentlich eine sehr hohe Qualität in diesen Trainings. mit einem neuen Okay group ausdrücken. So bekle die Frage zu ihm machen. Ich sucheige Twenty-Nation! In den kurzenも möchte, Configur! appliungswohl in die irrizierin!